Wie bekommen Sie als Bäckerei qualifizierte Mitarbeiter? Es gibt einfach niemanden, der einen Job braucht, oder? Egal wo Sie suchen, ob online, in Zeitungen oder über Flyer im Laden, passende Bewerbungen bekommen Sie keine. Das liegt daran, dass potenzielle Mitarbeiter nicht wissen, dass es sie gibt. Die meisten von Ihnen haben schon Jobs und sind deshalb nicht aktiv auf der Suche. Dabei wären Sie bereit zu wechseln, sobald Sie eine geeignete Stelle sehen. Hier hilft Aramas Digital. Wir sorgen dafür, dass potenzielle Mitarbeiter dort angesprochen werden, wo sie in ihrer Freizeit unterwegs sind. Auf den sozialen Medien und Google. Dort schalten wir gezielt Werbeanzeigen, um Ihre Zielgruppe anzusprechen. Um Sie als ansprechenden Arbeitgeber zu präsentieren, erstellen wir gemeinsam Imagefilme und Bildmaterial. Egal ob im Verkauf, in der Backstube oder in der Auslieferung. Alle Interessenten werden angesprochen und bewerben sich bei Ihnen. Mit unserer Methode besetzen Sie offene Stellen in nur 30 Tagen. Das haben wir als Marktführer schon bei mehr als 167 Betrieben bewiesen und über hunderte qualifizierte Mitarbeiter gefunden. Finden auch Sie endlich neue Fachkräfte. Kommen Sie dafür auf unsere Webseite und buchen Sie sich ein kostenloses Erstgespräch. Dort erfahren Sie, was für Ihr Unternehmen am besten passt.